Bitte ich Sie noch mal etwas schneller zu laufen. Auf den vierten Platz kommt die braune Hündin. Auf den dritten Platz die nächste braune Hündin und jetzt geht es um die Wurst. Türen Sie Ihren Hund so vor, wie er sich am schönsten zeigt. Die Nummer 283 kommt auf den zweiten Platz. Und die Nummer 98 kommt auf den zweiten Platz. Ich bin auf den ersten Platz.